Aber wenn da Fragwürdigkeiten durch Presserecherchen auftauchen und Abgeordnete nachhalten, dann muss man das erstens beantworten und zweitens muss man das tun, ohne den Abgeordneten persönliche Unterstellungen zu machen, die letzten Endes sozusagen ihr Frage, also ihr Fragemotiv versuchen zu diskreditieren, denn nichts anderes war genau das. Das war ein Move nach dem Motto, Genburg fragt hier nach, Genburg fragt hart nach und was mache ich? Ah, ich ziehe sozusagen das Motiv ihrer Fragestellung in den Dreck, indem ich ihr persönlich das Motiv des Hasses und einen privaten Rachereffeldzug gegen die Senatsbaudirektorin vorwerfe. Das macht man nicht, das ist unredlich, das ist nicht in Ordnung und deswegen hat Katalin, und jetzt kommen wir langsam zum Eklat, das war auch schon nah dran am Eklat, aber das ging dann so ein bisschen unter, indem was folgt.